Was ist hier? Aua! Ah! Das ist doch wo ich hier von unten geguckt habe. Okay, das nehme ich mal direkt mit. Ach, das ist... Ich merke mir, dass das ist aber ein bisschen viel. So, noch mehr ein bisschen Erde und dann... Jetzt kommt der Riesenbaum. Ich mag das Bäume nicht. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich... Habe ich, ähm, Flint? Nein, ja... So, wie viel bringt ein Apfel? Zwei! So, ja, das geht doch. War es eins oder zwei? Ne, zwei glaube ich. Hm... Ach... Ne, doch nicht. Ich bitte auch... ... 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 letztes player welcher sage ich dann wenn ich es wieder benutzen jup, das wars, ach der dicker ist hier noch Was ist das noch, dieses? Jupp, das war's. Die Fläche dürfte erst mal reichen. Oh, ich mach mal... Ich weiß doch, was war. 36 hoch. Crafting Table. Und dann Sticks rein. Und eine Eisenschaufel, ja. Super. Genau. Wie geht? ich habe auch Betagrass hier drin habt ihr aber bestimmt schon gesehen tut mir leid so schon Level 5 ich weiß schon was ich jetzt mache der ist jetzt in die kleinen Zeus wie sieht das Holz hier aus ok ich glaube das dürfte erst mal an Holz reichen so 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 vielleicht Wie soll ich das Haus bauen? Bitte schulden die. Ja, krieg ich mal pennen. Ist doch Nacht, du. Und lange hast du. Also 7 Uhr nach Abends um das Weihnachten. Nein, es ist hier gerade 2 Uhr morgens. Also jetzt bei mir so in Ruhe. Deswegen kann es auch sein, dass ich mich müde. Zwei Uhr morgens. Zwei Uhr morgens. Zwei Uhr morgens. Zwei Uhr morgens. Ne, ich weiß wie. Ach, dafür brauch ich clean stone. Ich hab ich clean stone. 64, 1, 2, 3, 4, 5. Naja, ich mach das mal. Mann, jetzt hab ich vergessen, wie ich das bauen wollte. Äh... Oh. Vielleicht mit. Ah, ich weiß wie. Ich mach jetzt, ähm, mein... Erstmal ein normales Haus. Töp an! 3, 4, 6, 2, 4, 5. Ich schuld conservazione. Bald eigentlich spa. Oster Arm. flood. Und aufhind europ. Ja so und zurück und zurück und zurück Ok, sieht sehr merkwürdig aus Da hinten soll dann Lager mach ich im Keller Wie will ich das denn überhaupt machen, also erstmal ein kleineres Haus Passt das? 1, 2, 3